Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen. Sense of Survival hier mit der nächsten Runde, mit der Runde Nummer 3 mit Kumpels Gui wieder auf Customs unterwegs. Diesmal gibt es zwei Raids. Der erste war leider etwas kurz ausgefallen, der zweite etwas länger. Viel Spaß dabei. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, Abo. Würde ich mich riesig freuen. Ich danke euch schon mal. Bis dahin. Tschüssi, wir sehen uns. Also wirklich so ein schönes Teamplay. Schade, dass wir bei dem Play verkackt haben. Ich bin wieder da, Robby. Okay. Ich eile herbei. Aber bis jetzt Teamplay 1A, muss ich sagen. Danke. Das freut mich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Also bei mir geht es ja immer drunter und drüber mit meinen Jungs. Das ist ja wie bei jedem Game so, ne? Ja, aber hier ist schon echt, der muss echt wirklich echt schmerzpervers sein, so stellenweise. Was du manchmal für Zeug verlierst, wo du sagst, in anderen Spielen verlierst du halt nicht so viel. Wo man bei COD oder wenn du da verreckst, da verlierst du ja nichts. Oder bei Hand Showdown, da stirbst du auch, verlierst dein Gewehr. Aber naja, mein Gott, das ist nicht zu vergleichen mit Darkoff. Das hat wirklich, am Anfang hat es richtig weh getan, muss ich sagen. Ja, safe. Aber irgendwann ist es halt nicht mehr, ne? Ja. Das erste Mal spielt. Nee, nee, du hast da mehr als eine Pistole. Du hast da auch ein Gewehr und so ein Kram. Aber ja, wahrscheinlich nicht lang. Nee. Du kannst, du hast zwar Waffen und so, du weißt auch gar nicht, wie die schießen. Und ich kann mich nicht beklagen, das Dash ist voll und ich zock's ja nur nicht jeden Tag. Also es ist Montag, Mittwoch und Freitag, wenn ich's mal spiele. Aber es kommt halt rein, das Zeug. Ja, also ich würde sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt so bei plus minus 10 immer. Ja. Ich laufe halt wie der größte Trottel die ganze Zeit mit dem teuersten Scheiß durch die Gegend. Ich voll aufs Maul, aber es wird einfach nicht weniger. Ich war heute noch nicht mal einmal im Hydro drin, weil mich irgendwie alles nicht mehr interessiert, ey. Ja, du spielst halt krasser, du gehst auch mehr in die Hotspots und so. Und das mache ich halt eher weniger. Manchmal schon so. Ja, das ist ja immer das PvP nicht, ne? Es kommt halt drauf an, wie die Jungs auch mitspielen, wenn du... Gerade bei mir habe ich viele Anfänger oder die nicht so hoch regiert sind und... Die wollen halt vielleicht mal ein bisschen ruhiger spielen, mal eine Quest machen oder sowas. Ja, ja, das ist doch absolut legit. Also wir können auch gerne ruhiger spielen. Nö, 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 ich will das so. Also wenn die Gegner kommen, dann kommen sie halt, ne? Da muss man halt draufklotzen. Das Ding ist halt, du lernst das PvP-Gedöns im Tag auf am besten im Solo-Play. Wenn man die ganze Zeit groß zocken muss, man weiß, was ich 20 Mille hat. Ja. Dann bauten sich da mal 10 Loadouts und dann muss man halt einfach mal alleine reingehen. Und wenn man die verliert, verliert man die halt. So sieht's aus. Wenn nicht, dann... Immer rein in die Olga. Ich glaube, das ist mein eines Ding... Yo, Alter, geil, ich habe ein leeres Mac mitgenommen. Oh, shit. Nein, Alter, da ist ja... Hallo, Jonas. Wie viel Munition hast du jetzt? Soll ich dir was geben? Also ich habe noch 60 M995. Dann habe ich... Warte mal. Nee, alles easy. Ich habe 120 Schuss befeiert, aber das ist netter leer. Okay. Wir können erst mal natürlich in die Dorms uns da positionieren. Wir wissen, ob es kommt, da. Wir haben ja Tops vor. Das lohnt sich. Ey, aber die Ausdauer ist doch... Willst du mich verkack eiern? Die Ausdauer ist schon wieder weg. Du darfst nicht springen. Hast du noch nicht auf Elite? Nee, Gottes Willen. Ich bin, glaube ich, 48 oder so. Okay, ich habe schon lange auf Elite. Ich gucke hinten zum Park rein. Oh, ich bin da aus. Direkt ab hier aus. Okay, wie schnell war der da? Keine Ahnung. Also ich habe gedacht, ich höre was. Aber dann habe ich gedacht, da kann niemals von einer sein. Hast du ihn? Nee. Er ist drin. M995. Schnapp ich dir. Schnapp ich dir. Oh, ich bin die Blende. Oh, scheiße. Das waren zwei. Oh, ich lebe ja noch. Nee, ich bin tot. Nee, was denn nun? Ich lebe noch, aber ich sehe nichts. Und ich bin ordentlich auseinandergenommen. Das ist gut, hilf mir. Frag mich nicht, wie ich hier heil rausgekommen bin jetzt. Lebst du noch? Am seidenen Fahrten. Easy, die holst du noch alle. Mach ruhig. Oh, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr, ich lebe nicht mehr. Ich muss mich halt extrem zusammenflicken. Die Knochen sind alle weg. Ah ja, kein Schritt. Ich lebe nicht mehr. Sehen die das, wenn ich das Auto bezahlt habe? Ich glaube, das sehen die ja. Nee, nee. Ah, okay. Die sehen, dass du ründest und weg bist. Also nicht, dass das bezahlt wurde. Ah. Also du kannst das bezahlen und einfach eine Minute warten. Mhm. Komi. Sehr gut. Doch, ich habe einen gekillt, ich habe einen gekillt. Scheiße. Nicht gelootet, fuck. Ey, aber frag mich, wie ich das überlebt habe, Alter. Der hat mich geflasht voll. Ich war voll blind. Ich war, die Knochen waren kaputt. Es war ein Wunder. Das Wunder von Tarkov ist heute passiert. Sherpa. Ja, muss man sich da anmelden? Kann man sich freiwillig anmelden oder wird man berufen oder wie ist das? Nee, ich glaube, man kann sich dafür bewerben, ne? Bei EFT Germany. Auf dem Discord oder so. Ja gut, aber dafür, glaube ich, fehlt mir dann halt doch schon ein bisschen die Zeit. Wäre schon nicht schlecht, Neuling damit zu helfen und so. Ist ja auch förderlich für Tarkov. Kann man ja echt nur begrüßen, sowas. Ich helfe Neulingen auf meine Art und Weise. Ja, ich auch. Indem die Pläpps aus der Lobby's kicke. Na, das wusste ich, aber was war denn das? So, geht los. Ich habe da den Scheiß-Kommentar heute erst geschrieben. Das Umziehen bei Rackman. Ah, genau, genau. Die Services. Da war ich noch nie drin. Habe ich irgendwie noch nie gesehen. Tja. Ah, siehst du? Deswegen Meistersquie. Immer einen Blick wert. Von mir aus, weil die haben ja zum Beispiel jetzt Interchange bei Shooterborn rausgenommen und dafür Reserved. Ach ja, stimmt, ja, stimmt. Dass wir zusätzlich Reserve reinmachen können. Na ja. Können sogar Laps da reinmachen. Das ist mir alles scheißegal so. Ja, sie hätten ja alle Maps. Und dann hättest du praktisch bloß vier von den, auf vier von den angebotenen Maps deinen Shooterborn in Heaven machen müssen. Alle. Alle. Du, Wahnsinniger. Ja, wir spielen hier Tarkov. Alle. Und nicht mein Lapsoni. Ja, so sehe ich das halt. Vielleicht ein bisschen radikal, aber... Naja, ist halt... Ich weiß nicht. Von mir aus, weil die machen es halt schon immer leichter so, ne? Meinst du? Von mir aus könnten sie das wirklich später machen. Ja, safe. Der ist ja so. Nicht meine ich. Keine Ahnung. Tarkov Shooter hat acht. Letzter Wipe. Musstest du alle mit der Mosin machen. Jetzt kannst du dir deine Bolt-Extra-Reifel sogar noch aussuchen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die haben ja ein paar Quests genervt. Genau. So war es ja. Passt. So, wollen wir jetzt mal zum Klumpen, oder? Lootklumpen, ja. Immer gern, bitte. Wo? Ach, schieß doch nicht. Die sind schon drüben beim Zug. Oh, Granate. Nein, nein, nein. Oh, ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh. Oh. Ich bin hinterm Dunk. Ja, ich lauf hier hinten. Bist du hinterm Zaun? Ah, okay. Ja, 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 ja. Ich bin halt beim Zuchten. Ich bin noch hier auf dem Gelände, ne? Ober. Ah, bist du wieder auf dem... Boah, hab ich dich nicht gerade hinterm blauen Zaun gesehen? Ja, ja. Es ist ja trotzdem noch das Gelände. Okay. Ach, da sehe ich dich. Ah, ja, okay. Du schleichst Richtung Tür. Genau, genau, genau. Hm. Ah, die werden direkt hier hinter sein wahrscheinlich. Hm. Ach, ich muss Penny. Okay, das war nicht deine Nate, ne? Ne, ne. Die hätte ich angesagt. Äh, Penny rein. Wir schmeißen jetzt beide ne Nate Richtung letzten Waggon. Ja. Und dann gehen wir durch. Okay. Wir gehen sofort nach links. Ja. Los geht's. Meinen ist draußen. Meinen auch. Sofort nach links. Und mitkommen. Die müssen da irgendwo hinten in der Ecke sein. Runter zum Bagger. Lass sie einfach jetzt ein bisschen beisammen bleiben. Ja. Bin hinter dir. Weil nicht zu nah, dass die uns wegstecken, ne? Wir sind jetzt natürlich super open, aber... Ja. Oh, ist Kev. Achtung. Oh, war ne Loppy. Ah, ich renne erstmal weg. Die müssten eigentlich hier noch irgendwo sein. Meine Nate. Bin neben dir, rechts. Ja, ich will ganz zum Zaun gehen. Nicht, dass die quasi versucht haben, uns zu umlaufen. Ja. Und hier schon wieder weg sind, weißt du, meine? Ja. Ich seh hier nichts. Bin direkt am Zaun. Bin gleich vorm roten Container. War bei Minus. Bist du am Container am roten? Ja. Nein, nein. Ich bin weg. Ich bin jetzt am grünen Zaun. Ich glaube, das war der auch. Okay. Ja, roten Container, grüner Zaun. Hier direkt in der Ecke bin ich. Gut, gut. Das müsste der gewesen sein. M4 gönne ich mir. Ja. Hast du dir verdient, Sohn? Ich hätte halt versucht, hier drüber zu springen. Ja. Und wäre dann halt quasi uns in den Rücken gefallen. Ja, ja. Aber er ist hier die Randspur an diesem Zaun geblieben. Down. Ist down. Was? Ja. Down. Ist down. Hast du nichts? Ja. Oh, Alter. Dem habe ich nicht gerechnet. Hast du nichts? Ja. Alter, ich habe mich im Stuhl gezuckt. Hast du nichts? Hör mich. Hör mich. Oh, ich habe drei Sachen, Black. Flick dich zusammen. Ich habe meinen Stuhl geduckt. Kein Tisch, leider. Ja, es ist halt das Geile. Du kannst Darko so lange spielen und du erschreckst dich immer noch. Wo liegt die Ratte jetzt? Ich bin Maschine, Alter. Ich fühle dieses Game einfach anders. Ja. Oh, eine schöne P90. Level 45. Junge, 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 Junge. Aber krass reagiert, ne? Soforte geduckt. Deckung unterm Schreibtisch, Alter. Oh, der hat Zucker dabei. Hey, Dortmann. Ciao, Philipp. Oh, der muss los. Hat hier was Blaues an oder sowas? Ne, da hatte ich ja diese Trupper. Bodyarmor, diese helle. Ja, ja, das ist ja so. Und so Penishelm. Meinst du, die gehört zusammen? Oder kam der noch dazu? Das ist die gute Frage. Vielleicht hat er ja das gemacht, was du gesagt hast. Hat schon lange gedauert, bis der kam eigentlich. Tja, vielleicht ist er hinten langsam rumgeschlichen. Und hat das gemacht, was du gesagt hast. Wollte uns von hinten umwandern oder so. Ja, aber das hat schon lange gedauert. Glaube ich eher nicht, ey. Ja, wir werden es nie erfahren. Oh. Hier läuft das bei mir? Ja. Das ist aber, der kommt hier wahrscheinlich rum, oder? Er ist am roten Container. Soll ich den? Oh, er hört mich nicht. Soll ich den Nade schmeißen? Schmeiß mal, ich weiß, ich weiß, ich bin den roten Container, ja. Nade ist raus. Noch eine. Hab ihn. Sehr gut. Nice. Ich komm zurück. Schön gemacht. Schön gemacht. Danke, danke. Ich komm durch. Komm durchs Tor. Was sind das hier für Schlümpfe? Ja, ich bin mit dem Rücken zu dir. Okay. Ich glaube, ich hab von Richtung Lootklumpen, hab ich was gehört. Oder waren das bloß Schüsse? Nein, der war alleine. Der war alleine. Der war alleine. Was haben die denn hier alle? Kein Rucksack, ey. Ich brech weg. Level 8. Arme Sau. So leid, wie es mir tut, muss ich ihn dann wohl heute Abend wieder abnehmen. Den Skui. Ehrenbart. Ehrenschnuppi. Aber er ist ja auf Video verewigt. Ey, ich hab, weißt du, ich hab so Schiss, dass ich... Wenn du 80% Aiming verlieren wirst, dann nimm ruhig wieder ab. Na gut, das... Alter, wenn das wirklich so ist, dann was ich... 10% Magieresistent. Du lachst. Oh ja. Da hat er Sensless noch... Da lacht er noch. Äh, ich geh Jusack-Treppe nach oben. Ja. Ja, würd ich sagen, gehen wir mal Crackhaus, wa? Ja. Hört sich noch ein Plan an. Skipper, du bist der Skipper, Mensch. Komm Jusack-Treppe wieder auf, wa? Ja. Du warst ja mal... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Extract drückst, ne? Siehst du, dass Dorms VX, äh... Vehicle Extraction rot ist. Das heißt, einer ist mit der Karre weggefahren. Jupp. Aber ich dachte vorhin schon, wenn die... Kommst du dort? Bist du das? Ich bin Taschenlampe. Okay. Ich bin Taschenlampe. Okay. Ich dachte, die sehen das, wenn das grün ist. Weißt du, wenn ich bezahlt hab und dann... Nein, nein, nein. Okay. Hier kann man auch drei Kultisten jagen, nachts. Ah, ich hab noch nie Kultisten gesehen. Ich hab schon Bahnhof-Nacht-France gemacht, aber Kultisten sind ja noch nie über dem Wege laufen. Ja, genau hier, wo wir jetzt landelaufen, da haben wir uns mal angegriffen. Gehen wir noch Crackhaus rein, wa? Ja, na klar. Wo wir grad dabei sind, jetzt zieh mir auch noch ein bisschen Stoff rein. Aber ich lauf immer ohne. Ehrlich? Das sieht scheiße aus im Stream. Ja, das stimmt allerdings. Ich bin hinten dran. Ich geh vorne rein. Hinten ist Clear. War schon jemand drin? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich will halt keine Quester aus der Lobby kicken. Das ist halt ein bisschen doof. Naja, es steht ja nicht dran. Die halten ja kein Schild hoch. Woher? Das waren Schüsse, glaub ich. Schüsse? Mhm. War perfekt, ne? Also ich will das auch nicht, aber was willst du machen? Erstens steht es nicht dran und zweitens ist es passiert und dann ist es okay. Ja, klar. Nee, ich glaube es nicht. Hast du Tablette genommen? Ja. Zumal du auch nicht mal nach dem Äußeren gehen kannst, weil wenn zum Beispiel Pestilli oder was weiß ich oder Meier oder so, die mal Langeweile haben, einen zweiten Account, dann fangt die neu an oder macht mit... Meier. Meier? Meier. Meier. Hab ich Meier gesagt? Hast du Meier verstanden? Meier. Meier. Dann siehst du ja auch nicht, dass das Prost sind, weißt du? Und denkst, hier kommt das Scheißgier, lass den leben und dann kriegst du einen Headshot deines Lebens. Ja, genau. Mir tut das dann trotzdem leid. Ja. So erteile ich mich. Ja. Das auf jeden Fall. Deswegen lasse ich auch das Zeug immer da. Machen wir direkt Reset wahr? Ja, machen wir raus hier. Ja, okay. Der eine war Level 39, aber der hat das doch zum Nix. Das ist aber schuld. Also mit Level 39 kann man schon was haben.